Hi! So, ich wollte es euch jetzt noch mal aktiviert zeigen. Die Schweine nehmen mir gerade auf den Senkel hier, die sind so neugierig. So, nicht an meinen Schuhen knabbern. So, und ich wollte euch jetzt noch mal die Hühner präsentieren, die jetzt hier endlich schon mal rauskommen. Relativ zahlreich sind noch einige drin, alle trauen sich noch nicht. Und ja, und dann haben wir euch noch ein paar Bilder gemacht, dass ihr so ein bisschen seht, was los ist. Ich bin hier gerade am Mist fahren, wir haben die Hütten heute umgestellt. Und ja, und freue mich jetzt aufs Frühjahr. Jetzt kann man wieder ganz lange arbeiten. Genau, alles klar. Spaß im Büro euch oder wo auch immer. Das heißt, wir rollen euch halt sehr. Aber ich bin hier eigentlich für ein paar Meldungen. Und ja, ja, ich bin hier lang. Vielen Dank.